Musik Es ist soweit, der goldene Herbst steht in den Startlöchern. Die Wolken werden weniger, die Sonne mehr, Temperaturen um die 16 Grad. Musik Am Mittwochmorgen zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, die sich aber im Laufe des Tages schnell verziehen. Am Nachmittag ist der Himmel klar, die Sonne scheint bei 16 Grad. In den kommenden Tagen sieht das Wetter ähnlich aus, in den Vormittagsstunden bilden sich vereinzelt Wolken, die aber abziehen. Es bleibt trocken. Nur am Samstag zeigt sich die Sonne mit sechs Sonnenscheinstunden eher selten. Auch wenn das Wetter insgesamt freundlicher wird, für Patienten mit hohem Blutdruck kann es eine Herausforderung sein. Auch Migräne-Patienten könnten negative Auswirkungen spüren. Nur Gicht-Patienten sollten nicht negativ durch die Wettelage beeinträchtigt werden.